Hey Leute, Willkommen bei Money Mama Ede Nummer 9. Heute mit Louisa. Viel Spaß. Willkommen bei Money Mama Ede Nummer 9. Heute mit Louisa. Willkommen bei Money Mama Ede Nummer 9. Heute mit Louisa. Willkommen bei Money Mama Ede Nummer 10. Heute mit Louisa. Willkommen bei Money Mama Ede Nummer 10. Heute mit Louisa. Das war's für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Alles, was ihr braucht, ist unten in der Infobox drinnen. Bis bald. Ciao, ciao.